Let's go! Susankas schnelle Nummer Schuhreparatur Reschke Ja, Susanka ist mein Name. Ich hab eine Frage. Ich muss dringend meine Lieblings-Highheels reparieren lassen. Kann man da was bei Ihnen machen? Ja, was ist denn das für ein Absatz? Also das sind 15 Zentimeter hohe Pfennigabsätze. Also der rechte, mein Standbein, da war die Belastung auf Dauer zu groß. Leider ist er gebrochen. Also am besten kommen Sie mal damit vorbei. Dann kann ich mir das angucken. Dann kann ich das besser beurteilen. Aber wie soll ich denn zu Ihnen kommen ohne Schuhe? Sie werden doch irgendwie noch andere Schuhe haben, oder? Naja, die meiste Zeit des Tages habe ich ehrlich gesagt gar keine Schuhe an. Aus beruflichen Gründen. Aber vielleicht finde ich ja jemanden, der mich hinfährt. Wie würde das denn überhaupt repariert werden? Ja gut, also so wie ich das jetzt gehört habe, würde ich das mal mit einem Nagel fixieren. Nagel? Na dann komme ich zu Ihnen natürlich. Machen Sie das auch vielleicht privat? Ähm, also wie jetzt? Naja, eben Privatkunden. Dann würde ich Ihnen später auch die Highheels mal live vorführen. Aha. Geben Sie mir mal Ihre Handynummer. Kommen Sie schon. Dann können wir ja schon mal so ein bisschen simsen oder so, so zum Warmwerden. Ähm, also vielleicht kommen Sie am besten einfach vorbei und dann schauen wir einfach mal weiter. Also keine Nummer? Leider nein. Tja, dann auch keine Highheels. Danke und Tschüss. Tschüss. Susankas schnelle Nummer.